Und damit herzlich willkommen auf einem Rosti-Kanal und zu einer weiteren Runde von After Freddy's Zero. Ja Freunde Nacht. Letztes Mal haben wir, Gott sei Dank, Nacht 1 überlebt und wir werden mal gespannt. Nacht 2. Start Night, I had one new message clicked to open. Hey man, welcome back to your magnificent job. Hahaha so hard on the first night. Not so terrible, eh? I told you. By the way, it's confirmed. Fredbear is on service again, ready to do nothing for now. But he is way better and optimized than before. Oh, he is kind of high, which is nice. So yeah, now you are gonna have to look for him too. Sounds like a video game where it becomes harder each level. Haha, sorry, Fredbear works. The same as Spring Bonnie. If you wanna know, you won't be able to track this mask. So that's already one thing done. But the thing is a happy... What is that? He seems more active than Spring Bonnie. Do this repair, that's a bit problematic. Ja, dankeschön. But still nothing so fear. Now you will probably, you will find it always. Second location. Second location in Tremelsius. What the job is... And we are letting you go like peace. Haha, see you tomorrow. Ja, Freunde. Also, now we have to do it with two to do. With Fredbear instead of Spring Bonnie. And the one is even more active and even more stressier. And that's all in the second night. And that's all in the second night. And it will be apparently even more difficult. Jo. Hahaha. Haha. Ich freue mich drauf. Das Spiel ist so verstörend. Hahaha. Was tue ich mir an? Oh. 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 Was? Jesus Christ. Ich, ich kann jetzt schon immer. Oh, einer ist schon wieder weg. Er ist noch da. Er ist noch weg. Oh. 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 Doch ist keiner da. Er ist noch da. Kurz gucken. Keiner da. Hier ist noch keiner. Da ist noch keiner. What? Wie soll ich das alle auf die Reihe kriegen, Leute? Oh, er kommt. Shit. Er ist weg. What? Wo ist er? Er ist noch hier. What? Oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Oh, das war knapp. Jesus. Oh, wo? Oh, no. Äh, hier, hier, hier. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Gott sei Dank ist er noch nicht unterwegs. Äh. Ich sitze eigentlich auf seinem Platz. Nein. Ah. Mist. Ich hätte noch mal zurück gehen sollen. Shit. Oh nein. Äh. Bisschen fertig. Start night. Es ist zu stressig. Es ist so. Wenn jetzt drei oder vier Kameras wäre. Okay. Aber es sind ja so viele Kameras. Und dann nicht mal von ganz unten nach ganz oben. Und wieder. Mist. Wie sind's denn? Sieben Kameras. Und das ist nicht fair. Und die Wege sind immer so weit. Nein. Nein. Noch einmal. Oh. Und es geht so schnell runter. Es geht so schnell runter. Da komme ich gar nicht hinterher. Äh. Äh. Noch sind beide oben. Oh. Seht ihr wie schnell das geht? Genau. Noch ist keiner unterwegs. Äh. Äh. Immer die Energie hoch halten. Äh. 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 Jetzt ist einer unterwegs. Er ist später da. Äh. Äh. Hier muss ich. Äh. Hier muss ich. Äh. Nein. Ich weiß schon gar nicht wo ich drücken soll. Ah. Hier. 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 Da kommt man nicht hinterher Leute. Es ist so viel. Es sind sieben Kameras wo man. Nein. Hier. Äh. Gucken. Nein. Äh. Das überlebe ich nie. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Kurz gucken. Nein. Äh. 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 Der ist wieder auf 80. Hier. 87. Hier. Hier. Hier sind wir schon wieder unten. Äh. Nein. Hier sind wir schon wieder auf 80. Äh. Äh. Er ist noch nicht da. Hier sind wir schon wieder am Ende. Äh. Nichts. Hier sind wir. Nein. Nein. Wo ist er eigentlich? Seht ihr ihn? Nein, ich höre ihn auch nicht. Hier geht es weiter zu beenden. Überall. Nein, ich komme wieder. Er kommt. Da ist er. Schick. Er ist hier. Er ist hier. Das war schwer auf... Er ist weg. No. Da war eins mit 72. Jetzt kommt er gleich. Shit. Oh, no. Mach dich nicht verrückt. Hau ab. Jesus. Er ist aber noch da. Nein. No, nein. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Nicht mit mir. Oh, Jesus. Wo ist es? Wo ist er? Oh, da ist ganz wenig. Oh, oh, oh. Immer. Oh. Nein. Nein, nicht hier. Hier. 69. Ist jemand auf seinem Platz? Nein, natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Nein, niemand da. Wo ist er? Es ist am neidigsten. Hier. Oh, ich muss so viel tun. Mist. Ist er hier? Nein. Oh, ist er mal nicht. Äh, 73. Er ist auch noch ruhig. Wo ist der andere? Wo ist er denn? Ich höre ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nirgends. Nein, ich sehe ihn nirgends. Ich sehe ihn nirgends. Seht ihr ihn? Oh, er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt doch. 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 Er kommt nicht. Nein, 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 nein Uhr erst. Aber ich glaube, er kommt noch mal. Aber jetzt sind ja beide oben. Das ist gut. Wenn beide oben sind, ist nicht schlecht. Das gibt uns ein bisschen Entspannung. Relaxing Zone. Dann können wir mal das bisschen durchatmen. Die erste Welle... Aha, wir überstanden. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Er ist noch oben. Von mir aus können sie jetzt oben bleiben. 5 Uhr. Oh, ich würde so gerne die Nacht 2 überleben. Die Nacht 1, die habe ich schon lange geschafft hier, du alter Sack. Ich bin so happy. Sieht gut aus, Leute. Sieht gut aus. Aber ich traue dem Spiel nicht. Ich glaube, es ist schon einer unterwegs. Nein. Ich gucke aber mal. Vorsichtshalber. Ich traue dem Spiel nicht, wisst ihr? Traue niemanden. Ich habe es gewusst. Er kommt noch mal. Ich habe es gewusst. Heute wird dich verarscht. Bitte nicht. No, no, no. No. Na, hier sind... Hier ist die Kamera, hier. Nein. Ich bin der UNM. Yes. Oh. Gott sei Dank. Oh. Ich bin auch fixiert, wenn ich noch zwei überlebt. Yippie-ay-ay-ay. Hahaha. Oh. What? While leaving my job, I heard on my way a voice calling me. That came from the room, where Fredbear usually stay all day. What should I do? Oh. Click to the key. Stay or leave. Bleiben wir oder verlassen wir den Raum? Wir bleiben. Yeah, I should check it out before leaving. Let's go. What? Hey, it's my friend, Mr. Nightguard. Thanks for playing with Fredbear today. I was really sad all alone. But I... But I would like to play some more with you. As well, right now. And I have the perfect game for you. I lack my old microphone. Could you get it for me? It's located in the room. It's strange room. Where Fredbear can't enter. But be aware, Mr. Nightguard. My best friend Springbony should be here. And he isn't really happy. That should be funny. Compared to the new friend they made for me. My old friend isn't really kind anymore. That's really sad. That's really sad. Go get my microphone, Mr. Nightguard. I wanna have fun watching you being afraid. Fredbear loves having fun. Wer mag das nicht. Wir wollen doch alle Spaß haben. What? Get the microphone. You must remain silent. And move your mouse really slowly until you get to the microphone. If you move too fast, you might not come back alive. Place the mouse at the bottom of the screen to begin the game. Place mouse here to start. Wir müssen ganz langsam. Game over. Ganz langsam. Wie langsam denn noch? What the hell? Wird ja viel nicht aufwecken. Wollt ruhig sein. Ich bewege die Maus ganz langsam in Richtung Mikrofon. Oh, es kann sich nur um Stunden dauern. Handeln. Leise. Sound of silence. Wir haben die Maus. Äh, das Mikrofon. Oh, it's Mr. Nightguard. So you did it. Fredbear is happy. I hope my friend wasn't too mean with. I think I only want attention and kindness. That's how Spring Bonnie is. I had fun hearing your screams. Fredbear is really happy now. Let's play tomorrow. I hope I can break your skull between my teeth. What? Da will uns unsere Knochen brechen zwischen seinen Zähnen. What? You are a bad guy, Mr. Fredbear. To the next day. Ja, Freude Nacht. Aber diese nächste Nacht, die wird es erst in einem weiteren Part geben. Das war Nacht 2 von After Freddy's Zero. Und wir haben das Mikrofon bekommen. Cooles Game. Mir macht sehr viel Spaß. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet beim nächsten Part von After Freddy's Zero. Bis dann. Ich sage vielen Dank für's Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Hopp, ihr euch liebt. Genießt das Leben. Enjoy your life. And we see you next. Bye. After Freddy's Zero. See you again. Ciao. Dankeschön. Thank you. Goodbye. 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 Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020